Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag. Leute, ihr kennt mich alle als jemand, der sich gerne über Dinge aufregt. Gerade Dinge, die im Internet geschehen. Doch dann ist mir eingefallen, warte mal. Es gibt im Internet doch auch schöne Sachen. Und das es sogar schöne Sachen, abgesehen von Pornos, meinen Videos und eventuell Twitch-Livestreams geben kann, ist mir dann soeben auf Reddit aufgefallen, meine Freunde. Denn ich liebe Reddit ja bis zum Tode, meine Freunde. Und ich kann euch nur empfehlen, auf jeden Fall mal in Subreddit reinzukommen, denn da ist es auch sehr schön. Und da bin ich auf ein ganz bestimmtes Subreddit geschlossen, meine Freunde. Oddly satisfying. Vielleicht kennt ihr das, ihr werdet es alle kennen. Das sind einfach Dinge, die so perfekt sind, dass sie einfach eine gewisse Befriedigung mit sich bringen. Eine gewisse Wohltat, eine gewisse Schönheit in sich tragen. Seien es Maschinen, die irgendetwas machen, seien es irgendwelche 3D-Animationen, die einfach nur perfekt aussehen. Oder, oder, oder. Wir werden uns diese Dinge jetzt gemeinsam angucken, meine Freunde. Und ihr könnt quasi sehen, wie mein ganzer Körper anfängt zu zittern und ich kurz davor bin, einen Orgasmus zu bekommen. Ähm, das, also das, so wird es dann doch nicht wahr. Aber ist ja auch egal, meine Freunde. Ich habe Thomas mal losgeschickt, der hat sich ein paar Sachen davon rausgesucht. Ich habe ihm das Reddit zugeschickt, meinte so, ey, guck mal da rein. Ich habe mir nicht viel davon angeschaut. Die meisten Sachen, die er jetzt rausgesucht hat, werde ich wahrscheinlich noch nicht kennen. Dementsprechend, meine Freunde, bin ich mal gespannt, was er da so rausgesucht hat. Beginnen wir hier mit dem ersten, meine Freunde, und schaut euch das mal an. Ihr seht hier quasi einfach nur ein Muster. Und diese Punkte, die sich bewegen, und das ist eine Wellenform, die sich hier gibt. Und ich finde, ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch ein Freak, aber wahrscheinlich habe ich viele Leute, die ähnlich denken. Es liegt eine gewisse Ruhe, eine gewisse Schöne da drin. Es ist einfach so schön zu sehen, wie diese Form sich immer wieder wiederholt im gleichen Abstand. Es ist einfach nichts, was dieses ganze Gefühl gestört. Es ist einfach im Ganzen irgendwie perfekt. Keine Ahnung. Hier haben wir ein Slow-Motion-Video, wie eine Shotgun einen Ballon trifft, der mit Farbe gefüllt ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Oh mein Gott. Oh, schaut euch das. Oh Gott, sogar. Oh, Alter, man sieht, wie dieser Ballon aufreißt. Guckt euch das mal an, wie der Ballon sich zerzieht. Und man sieht hier diese ganzen Schrotschrapnelle, die da durchfliegen. Die ganzen einzelnen Schrotkugeln. Boah, sieht das geil aus, Alter. So geil einfach zu sehen. Ich könnte mir sowas den ganzen Tag angucken, meine Freunde. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr echt mal schlecht drauf seid oder einfach mega aggressiv seid wegen irgendwas. Schaut euch sowas an. Gönnt euch sowas mal 10 Minuten weg. Und ihr seid komplett anderer Mensch. Wirklich jetzt. Okay, was haben wir hier? Chemical Reaction. Okay, eine Reaktion. Okay, da kommt irgendwas Schwarzes raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil sieht das aus? Es sieht aus wie... Oh. Oh, was? No way. Guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das mal bitte an. Es kommt oben raus. Es sieht zuerst aus wie ein Pimmel. Aber dann? Dann formt es sich irgendwie. Es schäumt doch... Jetzt schäumt es auf einmal auf. Und dann wird es gelb sogar. Alter Schwede, ist das geil. Und es verlässt diese Schüssel nicht. Es bleibt genau in dieser Schüssel. Es ist einfach in sich geschlossen. Wieder perfekt. Ich könnte heulen, Mann. Oh, ist das schön zu sehen. Seht ihr, Leute? Das meine ich damit. Im Internet gibt es auch schöne Sachen. Abgesehen von meinen Videos. Okay, was haben wir hier? Stars in the World. Als ob. Oh. Sowas liebe ich. Sowas liebe ich. Sowas liebe ich über alles, meine Freunde. Pressmaschinen oder irgendwelche Maschinen, die mit einer krass technischen Präzision irgendetwas machen. Irgendwas erschaffen. Irgendetwas herstellen. Schaut euch mal an, wie dieses Ding wie Butter durch das Metall geht. Das ist doch einfach nur krass. Das ist doch einfach nur krass. Wie gesagt, vielleicht bin ich gestört. Vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt. Aber es ist einfach echt schön zu sehen. Es tut einfach gut, sich sowas anzugucken. Es ist einfach krass, was die Menschheit erschaffen hat. Schaut euch das mal bitte genau an. Wie jede einzelne Fugel da perfekt ausgekerbt wird bei diesem Stern. Einfach nur geil. Ich finde es einfach nur geil. Vor allen Dingen, da sind keine Rückstände mehr vom Metall drin. Das Ding wird freigepustet durch die Rotation. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach perfekt. Oh, schaut euch das an. Es wird einfach genau an der gleichen Stelle wieder durchgeschnitten. Da. Oh Gott, Leute. Immer in verschiedenen Formen. Immer in verschiedenen Formen. Dann wird es durchgeschnitten. Krass. Einfach nur krass. Ich finde es einfach nur krass, was es für Maschinen und was technisch die Menschheit momentan alles so erreicht. This crook drawer I made so it doesn't hit the stove. Oh mein Gott. Was? No way. No way, bro. No way. Das ist krass. Das ist krass. Schaut euch das mal an. Das Ding ist schräg. Damit es halt nicht drinnen hängen bleibt und den Ofen nicht berührt, Leute. Das passt perfekt da rein. Das passt perfekt da rein. Und es ist selbst gemacht. Und es hat sogar diesen Zurückfahrmechanismus. Dieses... Ihr kennt das noch bei Cushion. Wenn man die Schublade richtig zuschmecht und es dann irgendwie so... So ganz langsam zurückfährt. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber es macht mich unglaublich glücklich, dass es das gibt. Oh. 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 Alter, nein. No way. Oh, ist das geil. Ich will meine Hand auch da reinstecken. Wie gesagt, Leute. Vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt, man kann es wieder komplett zurückformen. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Das ist zweiseitiges Klebeband, meine Freunde. Das lässt sich wieder zurückschieben. Das ist das Krasseste. Guckt mal, wie sich das formen lässt. Alter. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas einfach. Mein Ordnungssinn ist so krank. Ich habe, glaube ich, wirklich psychische Probleme, Leute. Oh. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ihr kennt das vielleicht von Decken. Da oben dran ist dieses... Diese komischen Styropor-Dinger. Und er kann das jetzt einfach so abschaben. Oh Gott. Wie gerne würde ich mit diesem Menschen tauschen. Die Decke ist danach komplett weiß wieder. Komplett sauber. Komplett glatt. Alter Schwede. Wieso habe ich so eine Decke nicht? Ich würde dann lieb so eine Decke haben, das jeden Tag abkratzen. Guckt euch doch mal an, wie geil das aussieht. Man kann da Muster reinritzen und sowas. Oh, Leute. Turning Colored Pencils. Oh Gott. Guckt euch mal das an, Leute. Genau die gleiche Rotation bei jedem verdammten Stift. Man sieht immer nur ganz kurz den Namen und dann geht es wieder zurück. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Das sind so Sachen, die sich im Alltag einfach ergeben, Leute. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr so fasziniert seid von so einer Perfektion seines Menschen oder sogar Maschinen oder irgendwelche Objekte, die einfach in sich und in ihrer Funktion so perfekt sind, dass man da steht und man denkt sich... Und ich hab das so oft, Leute. Seien es irgendwelche U-Bahn-Türen, die sich perfekt dann schließen, wenn die Bahn gerade los wird oder oder oder. Man muss einfach mal wirklich drauf achten. Es gibt so viel Versteckte Schöne an dem Alltag, meine Freunde. Und ich finde es geil, dass es so ein Subreddit gibt. Oh mein Gott. No way. Oh Gott. Ist das geil. Er kennt die ganzen Blätter zusammen mit seinem Rächen. Und das in der Timelapse auch noch. Ja, moin. Oh Gott. Und jetzt kommt alles weg. Alles in den Sack rein. Alles in den Sack. Und der komplette Garten hat keine Blätter mehr. Schaut euch das mal an. Leute, guckt euch mal bitte an, wie viele Blätter das sind. Und dann zusammengestopft passt das alles in einen Sack rein. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Guckt euch mal bitte an, wie der Garten vorher aussah. Richtig messy, richtig unordentlich und im Nachgang ist es einfach so clean und sauber. I like it. Was? Was? Oh mein Gott. Was? Damn crazy Asians. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie Puppen, aber das sind echte Menschen. Das sind echte Menschen. Was zum Teufel? Genau richtig. Genau richtig. Der gleiche Takt an allem in der verschiedenen Expression. Ist das geil. Das sieht einfach nur... Gerade die ersten 3-4 Sekunden gefallen mir richtig gut. Vielleicht kennt ihr das sogar von so Militärparaden oder sowas. Wenn die Leute marschieren und dann ineinander und gegeneinander laufen. Also es sieht aus, als würden sie gegeneinander laufen, aber sie bilden perfekte Reihen und nichts. Keiner stolpert und... Leute. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich, wie gesagt, der Einzige, der so fühlt. Aber ich glaube, dass ihr das irgendwo auch ein bisschen fühlt. Oh no way. Guckt euch das mal an. Dieser Kartentrick. Wie schön sieht das aus. Das sieht wirklich aus wie Wasser. Gott, wie gerne ich sowas können würde. Ich würde mir den ganzen Tag anschauen, was für coole Kartentricks ich kann. Das sieht einfach so perfekt aus. Guckt mal. Jede Karte fällt genau gleich wie die andere zuvor und fällt wieder runter. Keine Karte fällt runter. Es ist einfach im Gesamten wieder wunder, wunderschön anzusehen. Oh Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin das auch wirklich nur ich. Aber ich finde sowas geil. Ich finde sowas geil. Ich liebe sowas. Bob Ross ist ein so heftiger Künstler. Ich liebe seine Gemälde. Ich liebe sie einfach. Ich liebe das, was er gemalt hat. Und schon wird er raus ein Fenster. Diese wunderschöne Landschaft, meine Freunde. Ich habe mir so auf seine Twitch-Streams angeguckt. Es gibt einen Twitch-Kanal von Bob Ross, meine Freunde. Obwohl er schon tot ist, wird er immer noch alte Aufnahmen von ihm gezeigt. Einfach nur faszinierend. Einfach nur faszinierend. Schaut euch das mal bitte an. Schaut euch das mal an, wie clean und smooth das Ganze danach aussieht. Einfach nur perfekt. Davor schön ausgefadet und jetzt ist es einfach nur wunder, wunderschön und perfekt wieder in sich. Ich wünschte, ich könnte malen, Leute. Ich wünschte, ich könnte malen und hätte dieses Peeling Paper. Okay, hier fällt jemand mit dem BMX. Was? Oh mein Gott. 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 Ist das schön. Er grindet wie ein junger Gott da drüber und stellt dann noch... Hat der Sound? Und alle Hütchen stehen. Ja moin. Ja moin. Ich bin sprachlos, Leute. Ich bin einfach nur sprachlos. Thomas hat jetzt hier nochmal fünf Videos rausgesucht, beziehungsweise GIFs rausgesucht. Und schaut euch mal bitte an, was da alles hinter steckt, meine Freunde. Guckt euch beispielsweise mal das hier an. Buchsbäume, ja. Die in sich eigentlich immer sehr, sehr strauchig und halt verworren wachsen. Und dann kommt dieser spezielle Buchsbaum-Cutter und macht das Ding einfach perfekt runter. Das ist jetzt ein perfektes Ei. Ah, Leute. Guckt euch das an. Guckt euch das an. So ein richtig strauchiger Strauch. Und dann kommt dieser extra dafür angefertigte, hochpräzise Maschine und schneidet dieses Ding einfach perfekt zu einem Ei. Wie krass ist das bitte, Mann? Wie krass ist das bitte? Hier haben wir irgendwas vom Eishockey oder vom Eislaufen. Ähm... Die sind gleichzeitig hingefallen. Als ob. Als ob. Das meine ich mit der Schönheit des Alltags, Leute. Das meine ich zum Beispiel. Die haben sich beide nicht verletzt. Beide stottern. Und... Bamm. Oh Gott. Was ist das? Ein Möhrenschneider. Ja, Mann. Der erntet Möhren. Oh Gott. Die kommen da einfach aus. Die werden einfach ausgezogen. Oh mein Gott. Ich wusste niemals, wie Möhren geerntet werden. Guckt mal. Der reißt einfach alle Möhren aus dem Boden raus. Ich finde das so krass faszinierend. Oh mein Gott. Das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Viele werden sich wahrscheinlich jetzt denken, ey Rewe, du bist komplett geisteskrank. Ich glaube, ich habe wirklich ein Problem. Aber nochmal. Ich bin mir sicher, dass es auch viele Leute bei euch gibt, die das teilen. Und die diese Emotionen von mir nachvollziehen können. Falls ja, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Okay. Was haben wir hier? Nein. Nein. Das geht perfekter durch. Schaut euch das mal an. Dieses Ding. Das ist so ein Pendel. Und das geht ganz genau. Schaut euch das an. Das ist perfekt. Das ist wieder diese Engineers-Präzision, Leute. Das Ding geht perfekter durch. Oh mein Gott. Ach man, ich wünsche, ich würde auch irgendwann sowas Schönes und Perfektes erschaffen. Abgesehen von meinen Videos. Okay. Was haben wir hier? Eine Seifenblase auf Schnee oder Eis? Nein. Die friert. Guckt mal, wie sich diese Eisblumen bilden, Leute. Wie das einfriert. Das Wasser in der Seifenblase gefriert. Oh. Das ist so schön. Und schon habt ihr eine gefrochene Seifenblase. Krank. Einfach nur krank. Leute. Unsere Natur und alles, was wir drumherum erschaffen haben, ist einfach wunderschön und einzigartig. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, Leute. Achtet mal im Alltag näher drauf. Guckt mal ganz genau hin. Es versteckt sich so viel Schönheit im Alltag, Leute. Mehr kann ich euch gar nicht sagen. Ich hoffe mal, dieses seltsame und weirde Video hat euch irgendwie gefallen. Ich hoffe mal, dass ich eine Menge, Leute, gefunden habe, die ähnlich gestört denken wie ich. Falls es euch gefallen hat, meine Freunde, mache ich gerne ein paar Zwei. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das war es für dieses wunderschönen Video. Und ich würde sagen, das war es. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.